Du willst schneller laufen und fragst dich, wie du das am besten anstellen sollst? Dann habe ich hier eine einfache 3-Schritte-Strategie für dich, wie du das schaffst. Das sind sehr klare Handlungsempfehlungen, die du direkt für dein Training nutzen kannst, um langfristig schneller zu werden. Langfristig deshalb, weil das mit dem Schnellerwerden nicht über Nacht passiert. Leider gibt es dafür, wie bei so vielen Sachen, keine magische Pille. Wenn du also jemand bist, dem es nicht um schnelle Erfolge, sondern um langfristiges und überlegtes Handeln geht, dann ist dieses Video genau richtig für dich. Lass uns direkt ins Thema einsteigen. Vielleicht wunderst du dich, warum es jetzt hier bei mir auf dem Kanal ein Video zum Thema Schnellerlaufen gibt. Denn eigentlich ist das ja nicht mein Kernthema. Und ich erzähle ja immer sehr, sehr häufig in meinen Videos, dass es wirklich wichtig ist, langfristig zu denken, im Alter noch gesund zu sein, sich gut zu fühlen und den Kopf frei zu bekommen. Ist das denn jetzt ein Widerspruch, ein Video zu machen, wo es ums Schnellerlaufen geht? Ich denke nein, denn wenn man die ganze Sache wirklich strategisch angeht und vernünftig plant, dann ist Schnellerwerden und gesundes Laufen überhaupt gar kein Widerspruch. Und wie das genau geht, das wollen wir uns jetzt mal genau anschauen. An wen richtet sich dieses Video denn überhaupt? Also ich hatte es im Intro gesagt, dass es darum geht, wirklich langfristig zu denken. Und wenn ich dir jetzt hier gleich diese Drei-Schritte-Strategie vorstelle, die kannst du nicht einfach umsetzen und bist dann zack in zwei Stunden oder zwei Tagen irgendwie um das X-Fache schneller. Das funktioniert nicht, sondern es geht wirklich darum, langfristig zu denken. Das ist das eine. Und das zweite ist, wenn du absoluter Laufanfänger bist, dann ist dieses Video nichts für dich. Du solltest also wirklich es schaffen, schon so roundabout 30 Minuten ohne Pause durchlaufen zu können. Um die gleich folgende Strategie wirklich erfolgreich umzusetzen. Bevor ich dir die Drei-Schritte-Strategie jetzt vorstelle, ist es wirklich ganz wichtig zu sagen, dass diese Strategie nicht isoliert zu betrachten ist. Also du sollst nicht ausschließlich die Punkte aus dieser Drei-Schritte-Strategie machen, sondern sie integrieren in einen regulären Trainingsplan, nachdem du eh schon trainierst. Wo dann so Elemente drin enthalten sind, wie Warm-Up, wie Cooldown, wie Grundlagen-Ausdauerläufe, wie lange, langsame Dauerläufe und so weiter und so weiter. Also wirklich bitte ganz wichtig, nicht ausschließlich die Dinge machen. Und jetzt geht's los mit der Strategie. Das Intervalltraining ist das gezielte Abwechseln von sehr schnellen Laufabschnitten, gefolgt von Erholungsphasen. Also machen wir mal ein Beispiel. Sagen wir, du läufst 5x 1000 Meter mit 3 Minuten Trab- oder Gehpause. Wie funktioniert das dann genau? Relativ einfach. Also erstmal machst du dich zu Hause, bevor du überhaupt losläufst, warm. 5 Minuten dynamische Übungen. Dann läufst du dich in etwa 10 Minuten locker ein. Und erst dann folgen die erwähnten Intervalle. Bei 5x 1000 Metern bedeutet das dann, du läufst 1000 Meter sehr, sehr zügig. Und zwar so zügig, dass dabei das Unterhalten nicht mehr möglich ist. Wenn du das gemacht hast, dann folgt die Erholungspause. 3 Minuten in unserem Beispiel. Und zwar läufst du dort so schnell, dass du wirklich wieder komplett zu Kräften kommst. Deine Atmung sich reguliert, deine Herzfrequenz runtergeht. Ich mache immer ganz gerne wirklich Gehpausen, weil das dann bei mir am besten funktioniert mit dem Runterkommen. Du kannst aber tatsächlich auch ganz normal Trab-Pausen machen, wenn dir das besser passt oder funktioniert bei dir. So und um in unserem Beispiel zu bleiben, machst du das Ganze dann insgesamt 5x. Das heißt schnelles Intervall, Trab- oder Gehpause. Und das ist dann eine Wiederholung gewesen und das Ganze eben in Summe 5x. Danach läufst du dich locker aus und machst noch eine kurze Stretching-Einheit und dann ist dein Intervall-Training beendet. Ich empfehle dir, das einmal in der Woche zu machen. Öfter würde ich es nicht machen. Und wichtig, dass du die Intervall-Anzahl und die Länge immer variierst. Das ist wichtig, dass sich dein Körper eben nicht daran gewöhnt, sondern dass du ihn immer vor neue Herausforderungen stellst. Der Vorteil an Intervallen ist, du gewinnst an Tempohärte und du gewöhnst dich einfach ans schnelle Laufen. Außerdem verbessern Intervalle die Laufökonomie. Das bedeutet, je besser deine Laufökonomie ist, desto weniger Energie benötigst du, um eine bestimmte Geschwindigkeit zu laufen. Warum spielt die Muskulatur in der Körpermitte beim Laufen überhaupt so eine wichtige Rolle? Naja, das hat mehrere Gründe. Zum einen, sie sorgt für Stabilität und Haltung. Eine starke Körpermitte hält den Oberkörper aufrecht und stabilisiert ihn einfach bei jedem Schritt. Das wiederum reduziert seitliche Bewegungen und spart Energie. Zweitens, sie sorgt für eine effiziente Kraftübertragung. Die Kormuskulatur verbindet den Ober- und Unterkörper und wenn die gut trainiert ist, kann sie die beim Abdruck generierte Kraft besser auf den Boden übertragen, was dann eben zu einem kraftvolleren Schritt führt. Drittens, sie beugt Verletzungen vor. Eine schwache Körpermitte, bei der ist es nämlich oft so, dass sie zu einer instabilen Laufhaltung führt. Und das kann wiederum zu Überbelastungen führen, was wiederum zu Verletzungen führen kann. Vor allem Rücken, Hüfte und Knie sind da besonders betroffen. Und viertens, sie erleichtert die Atmung. Eine starke Körpermitte erleichtert die Atmung, weil die Muskulatur im Bauch- und Brustbereich nicht so schnell ermüdet. Und dadurch kann man dann auch eben bei intensiven Belastungen besser und tiefer atmen. Aus diesen Gründen solltest du wirklich regelmäßig deine Körpermitte trainieren. Du kannst dich jetzt fragen, wie machst du das am besten? Die eine Möglichkeit ist, durch Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht. Und die zweite Möglichkeit ist, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. Regelmäßig bedeutet in dem Fall also mindestens einmal pro Woche für mindestens 30 Minuten. Gerne auch, wenn es deinen Zeitplan zulässt, zweimal pro Woche für die besagte Zeit. Welche Übungen kannst du machen? Ja, ich bin vorbereitet. Hier oben in den Infocards habe ich dir ein cooles Paket zusammengestellt. Das kannst du dir einfach runterladen. Da sind die besten Übungen wirklich mit Bildern und Erklärungen mit dabei. Und bevor wir zum dritten Schritt der Strategie kommen, will ich dir noch kurz den Werbepartner dieses Videos vorstellen. Und zwar ist das der Laufschuhhersteller TrueMotion. TrueMotion ist ein junges Unternehmen aus Köln, das sich zum Ziel gesetzt hat, Laufverletzungen zu reduzieren. Denn laut Statistik verletzen sich jedes Jahr 50% aller Läuferinnen und Läufer mindestens einmal. Und genau da setzen die Laufschuhe von TrueMotion an. Die Laufschuhe von TrueMotion führen nämlich zu 15% mehr Dämpfung, 10% effizienterer Muskelarbeit, 8% geringerer Belastung für die Achillessehnen und 10% geringerer Belastung für das Knie. Als Fanboy der ersten Stunde sind die Laufschuhe von TrueMotion aus meinem Feelgood-Equipment auf meiner Laufrunde einfach nicht mehr wegzudenken. Und mit dem eingeblendeten Gutscheincode bekommst du 15% Rabatt auf die Laufschuhe von TrueMotion in deren Online-Store. Den Link und den Code, den habe ich dir auch nochmal hier unten in die Videobeschreibung gepackt. Der dritte Schritt für mehr Geschwindigkeit beim Laufen ist das Lauf-ABC. Lauf-ABC, naja, was ist denn das überhaupt? Wenn du meine Videos schon länger schaust, dann weißt du es. Ich will es hier aber trotzdem nochmal sagen. Das Lauf-ABC, das sind Technikübungen, die dir helfen, deine Lauftechnik, deine Koordination und deine Bewegungsabläufe zu verbessern. Das hier ist zum Beispiel der Kniehebelauf, das hier sind Seitsprünge und das hier ist das Anfersen. Eine Übersicht mit vielen Übungen und wie die genau funktionieren, die findest du hier oben in den Infocards. Was genau bewirkt denn das Lauf-ABC überhaupt? Denn man kann sich ja fragen, naja, wieso sollte ich das denn jetzt machen? Im Kern sind das vier Dinge. Erstens, eine Verbesserung der Lauftechnik generell. Das Lauf-ABC stärkt die Grundlagen eines effizienten Laufstils, indem es Bewegungsfehler korrigiert und die richtige Haltung und Beinführung fördert. Zweitens, mehr Koordination und Beweglichkeit. Das Lauf-ABC, das erhöht die Koordination zwischen Armen und Beinen sowie die Beweglichkeit in den Gelenken, was besonders bei längeren Läufen und anspruchsvollen Strecken wichtig ist. Drittens, Kraft und Stabilität. Durch die Übungen wird die Muskulatur von Rumpf, Hüfte und den Beinen gekräftigt. Das stabilisiert wiederum den Körper und sorgt für eine bessere Haltung, was wiederum Laufverletzungen reduziert. Und viertens, generell eine Effizienzsteigerung. Ein sauberer Bewegungsablauf bedeutet nämlich weniger Energieverlust und damit mehr Ausdauer und höhere Geschwindigkeit bei gleichem Kraftaufwand. Am besten baust du das Lauf-ABC in deine Grundlagen-Ausdauerläufe ein. Das bedeutet also, du machst wieder ganz normal ein Warm-up zu Hause. Du läufst dich ungefähr 10 Minuten warm. Dann machst du deine Laufuhr auf Stopp und nimmst dir so vier bis sechs Übungen aus dem Lauf-ABC und machst die jeweils für zwei Runden. Du nimmst dir eine Strecke von ungefähr 20 bis 50 Metern. Das ist abhängig von der jeweiligen Übung. Das findest du aber auch in dem erwähnten Artikel hier oben in den Infocards. Da kannst du dir ganz genau anschauen, welche Streckenlänge du dir für welche Übungen nimmst. Dann machst du diese Übung über die bestimmte Strecke und gehst oder trabst locker zurück. Wiederholst die Übung, gehst und trabst locker zurück und dann hast du eine Übung fertig. Und das machst du so ungefähr mit vier bis sechs Übungen, sodass du auf ungefähr zehn Minuten kommst. Fassen wir die drei Schritte Strategie kurz zusammen. Du machst einmal in der Woche Intervalltraining. Du machst regelmäßig Kraftübungen mit dem eigenen Körpergewicht oder im Fitnessstudio, vor allem für die Körpermitte. Und drittens, du machst regelmäßig Lauf-ABC. In Kombination mit einem Trainingsplan, der wirklich konkret auf dein Ziel einzahlt, wirst du somit auf jeden Fall langfristig schneller. Ich wiederhole das jetzt hier extra nochmal langfristig, weil kurze Erfolge kann ich dir hier nicht versprechen. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du machst, um schneller zu werden. Und nicht vergessen, den 15% Rabattcode von TrueMotion inklusive Link zur Website findest du hier unten in der Videobeschreibung. Und dann sage ich wie immer, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.